Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Der grüßt mich mal. Ich muss ja auch erst mal integrieren. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Entspann dich. Kein Wort. Einreiben. Energiespüren. Weichmassieren. Und weichklopfen wie ein Steak. Hast du verstanden, Wolle? Wollformen. Dann ran ans Grillgut. Moment. Du massierst Marmut. Herem, was soll denn der Quatsch? Er massiert Marmut oder gar keinen? Und wo ist dieses Marmut? Ach, du heiliger Kanaka. Ja. Ja. Moin, hier ist dein Chef. Hört zu, mein Prof an der Business School hat mir gesagt, dass man immer nett zu seinen Mitarbeitern sein soll. Und was heißt das jetzt? Gehst du mir jetzt nicht mehr auf den Sack? Ne, das bedeutet, dass mein Prof eine Scheiße gelabert hat. Entspann dich doch einfach. Alles wird gut. Herr Kaxnick. Grossmann? Oh. Kommt, ich stehe euch die Schiffen vor. Come on, let me go. Let me go. Sammy, Sammy, Sammy. Wie sehr hast du deine Groupies dabei? Das ist meine Band. Deine Band? Ja, echt? Chessy ist unser DJ, wohl unser Drummer und Mammut die Trommel. Mammut die Trommel. Wir suchen Musiker und keine Clowns. Ihr werdet höchstens bei den Idioten reingeschnitten. Aufpasse und willkommen am schönsten Ort der Welt. Mammut die Trommel. Mannheim. Und beim größten Star der Welt. Seien die bereit zu Rock'n'Roll! Stopp! Das ist kein Rockkonzert. Aber die hören doch eh nichts mehr. Ich bin doch Rocker. Verpisch dich, Schminnchen! Komm doch, kleiner Zweck. Du bist wirklich ein talentierter Künstler, aber du bist keine Band. Was war doch abgesprochen, dass du das Hammer machst? Das ist der Wolfram. Wissen Sie auch, was ein Hammer ist? Kanaken-Aquarium. Du massierst Marmut. Das ist die Band. Männer, wir fahren jetzt zur Show! Ja! Come on, Hard Rock! Ich hab irgendwie das Gefühl, ich muss dabei sein. So als zweite Trommel. Damit's so fitter klingt oder was? Wie war die Hochzeitsnacht? Böser Türke. Wenn du dir die Haare hochbindest, da gehst du glatt als Mann durch. Nur weil du aussuchst wie eine Kardashian bin, ich doch noch lange kein Mann. Wie heißt denn das neue Album? Verpiss dich, Schnellwittchen. Mega. Wo kommst du eigentlich her? Ich bin Deutscher. Dann sag mir mal, wie heißt denn der Merkel mit zweitem Vornamen? Dort her. Unglaublich.